Hallo Leute, Willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 16.03.2020. Ich sitze noch immer im Krankenhaus, weil noch immer Corona-Sperre ist. Momentan gibt es anscheinend keine Fälle von Corona in St. Pölten im Spital. Aber in Melk wird es mehr und momentan haben wir 800 Erkrankte in Österreich. Also über 800 und es werden täglich mehr. Ich war vorhin duschen. Mir geht es ganz gut. Ich habe nur Heimweh. Ich weiß auch nicht, wann ich mich das nächste Mal melden kann. Und wollte ich deswegen einen lieben Gruß da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Harinas. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.